ein lustvoller winterspaziergang eingepinkelt im schnee obwohl ihr neuer freund oliver von ihrer hosen pinkelleidenschaft weiß ist rabea furchtbar aufgeregt auf einem spaziergang im verschneiten wald möchte sie sich zum ersten mal in seiner gegenwart komplett nass machen während es aus ihrem schoß warm in die hose zu laufen beginnt erwacht die libido und nicht nur ihre diese und noch viele lustvolle geschichten mehr findest du frei zum lesen auf unserer homepage edition minus augen punkt